Was magst du wieder? Magst du denn auch meinen? Äh, also mit Flanken geht das nicht. Ja, dann brauchen wir eigentlich 6 Cent-O-Cola. 6 Cent-O-Cola? Ja. Oh, nicht schlecht. Lupser! Perfect! Kannst du ein Video? Ich hab gerade eben aus Versehen ein Video gemacht. Ich wollte es gar nicht. Marco! Du bist ja fotogen! Warte! Keiner hat was gesehen! Keiner hat was gesehen! Nicht für die Nase in den Ketten. Meine Mama hat gesagt, die Kinder können nicht lachen. Nicht tot! Hast du Bluetooth? Kannst du was drüber schauen?